Das ist Hubert. Hubert weckt seine Büroangestellten heute besonders früh, denn heute ist Inventur. Das bedeutet einen zeitigen Bürostart, damit alle Artikel genauestens gezählt, katalogisiert und inventiert werden können. Das ist mühsam, kostet viel Zeit und Konzentration. Eine fehlerfreie und lückenlose Inventur ist somit schier unmöglich. Das kann ganz schön frustrierend sein. Bernd arbeitet in einem Labor und kennt das Problem der Inventur. Das bedeutet meist Überstunden, mühsames Zählen und Zuordnen aller Geräte und Artikel, die sich in seinem Labor befinden. Für Michaela ist Inventur kein Problem. Das macht sie nebenbei, dank dem Asset-Scharif. Der hat alle Artikel bereits gelistet. Sie muss nur noch das Labor betreten und die Geräte und Artikel aus diesem Raum scannen. Einfach mit einem Klick. Innerhalb von wenigen Sekunden werden hunderte Artikel erfasst und das per Funk auf mehrere Meter und sogar ohne Sichtkontakt. Möglich macht das die RFID-Technologie, die kontaktloses Inventieren mit dem Asset-Scharif revolutioniert. Dabei kann Michaela bei ihrer gewohnten Verwaltungssoftware bleiben. Asset-Scharif macht keinen langwierigen Umstieg notwendig. Mit Asset-Scharif zur raschen und fehlerfreien Inventur. Mit übersichtlichem Monitoring und klarer Dokumentation. Das freut ihren Chef auch sehr. Denn dadurch kann sich Michaela ihrer eigentlichen Arbeit widmen. So geht Inventur heute. Mit dem Asset-Scharif von Primtech. Bis dann. Inventur heute. Wir ziehen. Wir gucken. Wenn wir dieiertelung. Esness.